Moin Moin und recht herzlich willkommen live aus dem Studio von mir, dem Jütz. Heute sind wir mal nicht im Studio, sondern ich bin unterwegs in Hamburg mit der S-Bahn und werde mir jetzt ein paar Fotoorte raussuchen, wo ich hinfahre, um Fotos von Zügen zu machen. Als Hauptpunkt habe ich mir aufgesucht die Baureihe 472 und diese werde ich jetzt so ein bisschen mitfahren, Fotos machen und ich werde euch davon ein paar Einblicke präsentieren. Aktuell befinde ich mich noch ein kleines Flottweg, da habe ich gerade ein paar Fotos gemacht. Die Fotoausbeute werde ich euch gleich zeigen und im Hintergrund hören wir einen 474er, mit dem werde ich allerdings nicht mitfahren. Ich nehme gleich den 472.2. Aber wie das weitergeht, das seht ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. 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 Nachdem ich hier in Poppenbüttel die Videos und Fotos eingefangen habe, möchte ich das Video an der Stelle auch beenden. Wenn ihr euch für eine Soundnissfahrt interessiert, dann klickt einmal hier irgendwo im Bild. Da habe ich eine für euch. Ansonsten werde ich in den nächsten Wochen nochmal eine andere hochladen. Wann, das weiß ich nicht. Denn ich weiß nicht wann ich die fertig schneiden werde. Ansonsten, wenn euch die Umläufe interessieren, dann bleibt euch die Möglichkeit in der Videobeschreibung. Also hier unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link für euch parat. Wo die Umläufe alle aufgelistet sind und wann die fahren. Und ja, da steht auch alles weitere drin, was für euch beachten solltet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Euer Nils. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Und ja, das ist alles.